Fahrdynamisch haben wir jetzt gar nichts geändert, aber in dem Moment, wo wir festgestellt haben, haben wir die Unterlagen geführt und haben auch die Jahresperiode miteinander verglichen. Das heisst, vom Herbst bis zum Winter, entsprechende Reifen sind da drauf, die Klimaanlage oder die Heizung wird entsprechend gebraucht, damit man wirklich eins zu eins vergleichen kann. Und da ist einfach unter dem Strich 5 Liter Differenz. Es begeistert mich wahnsinnig, wie viele Rollfasen ein Fahrzeug hat. Wenn wir hier sehen, von dem ganzen Fahrmodus her, sind wir im Bereich von 25% Fahr-, also Rollmodus. Und das ist dann schon noch, wenn wir auf die ganze Strecke 25% davon rollen, dann brauchen wir weniger Most. Und das ist ganz wichtig, dass das neue Getriebe auch seinen Anteil dafür leistet, dass auskuppelt, dass das Auto leichter rollt, dass die Differenz geschafft wird. Die Bürgentransport AG wurde vom Vater, vom Edelwartenbürgerin, 1972. Er hat die erste Lastwagen gekauft. Und mittlerweile hat der Betrieb 25 schwere Fahrzeuge, ein paar Kleinfahrzeuge. Insgesamt sind es die hunderten Schilder, die unterwegs sind. Und unsere Schwerpunkte sind, wir sind einerseits aus der Landwirtschaftsfuhrhalterei entstanden, der Landwirtschaftstransport, das hat sich weiterentwickelt, über Stückgut, international, bis zur Pharma-Logistik. Also, ich fahre jetzt seit 20 Jahren Scania, ich bin sehr zufrieden damit, ich bin ein Fan davon. Es ist so, als Schweizer sind wir natürlich aufgewachsen mit der Firma Saurer und haben da gelebt, wo es die nicht mehr gab. Er hat nach einem Ersatz gesucht und da einen guten Ersatz gefunden oder etwas Besseres, ein Scania. Und seit wir Scania fahren, haben wir weder ein Motor, ein Getriebe noch ein Hinterachs gebraucht und haben eigentlich durch das ein verlässiges Produkt, das wir auch entsprechend kalkulieren können. Wir haben uns jetzt wieder aufgewachsen. 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 Wir haben uns wieder aufgewachsen. Wir haben uns wieder aufgewachsen. Untertitelung des ZDF, 2020